Ja, einen schönen guten Freitagmorgen, der 18. Juni wünscht euch der Bauer Hause. M0700, wir machen uns bereit zum Starten. Diesen Morgen fahren wir früher los, oder noch ein bisschen relaxen können am Meer nach der Ausfahrt. Es geht von hier aus ins Landesinnere. Der Leandro hat uns die Pässe rausgesucht. Ja, und da auf die Schnelle noch ein paar Bilder von gestern. Hier auf einem Pass. Das Passschild ist dermassen überklebt, man sieht den Namen nicht mehr. Wir sind gestern quer durchs Land gefahren, waren auf der Ostseite, haben dort gebadet und wieder durch zwei schöne Pässe zurück nach Saint-Marteau-la-Mar gefahren. Tschüss zusammen, ciao, ciao.